Und einen herzlichen Willkommen wieder zurück bei einer weiteren Suche bei Pokémon Techniques auf der Nintendo Switch mit mir von der YouTube Let's Face als Hobby. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, wir suchen mal einen anderen nächsten Gegner. In der Zeit könnt ihr schon mal Daumen nach oben geben und ein Abo. Und da sehen wir uns gleich wieder. Oder auch nicht, da haben wir schon einen. So schön, wen haben wir denn? Catboy Alex. Oh, ist nicht aufgestiegen. Ist Kuppert der eins geblieben? Aus Polen. Also an mir lag es nicht, dass er nicht aufgestiegen war. Er hat dagegen nicht gewonnen gehabt. Aber gut. So, jetzt habt ihr nochmal 8 Sekunden Zeit Daumen rumzugeben und Abo zu drücken. Und dann geht es gleich los. Ah, so ein Mist. Oh, oh la. Oh, oh la. Oh, oh la. Ach shit. Ach ja, Mist. Da war getroffen. Sehr schön. 1-0. Ja, mit den kriegen wir übrigens mal einen Punkt. Ja, Toto war nie verkehrt bei uns eigentlich. Toto, Macho, Mewtwo. Ja, Knackrack eigentlich auch. Ach, Mist. Shit, was mache ich denn? Sag mal. Shit, jetzt hat er mich wieder. Oder auch nicht. Nein! Oh, meine Batterie lassen ist nach. Ach, okay. Ah shit, okay. Ich glaube, dass ich die Batterie lassen auch lässt. Das verhindert ja dann das Spiel. Nein, noch ist nicht leer. Jetzt drückt man halt auch mal ein bisschen weiter, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr aufnehmen können. Oh, das war's. Ich weiß nicht, wie ich mich nicht verreste. Das war's. Hier wird noch nicht mehr so. shit ja, da geht es vielleicht auch noch so oha habt ihr, oder? sehr schön 3-1 gewonnen, okay, spannend ein Limitsieg, sehr schön, hat man auch schon lange nicht mehr okay, dann danke fürs Zuschalten das war schon wieder, guck mal ein Technik auf der Nintendo Switch mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby und siehst du, schon wieder mit dem Sieg muss ich leider schon wieder aufhören, weil die Batterie nach ist, auch blöd aber gut, okay ja, keine Ahnung, was ich dann mal aufnehme ohne Joy-Con ist natürlich schlecht aber vielleicht kriegen wir doch noch einen Kampf hin, versuchen wir es mal oder? hm man könnte natürlich gucken dass man da mit einem Joystick noch spielt mal gucken, schauen wir da mal bis gleich und auf Wiedersehen, tschüss bis gleich Moe Beauf auch